Hallo. Hallo. Alles gut? Ja, und bei dir? Auch gut. Spazierst du jeden Tag durch den Park? Ja. Du bist noch nie mehr aufgefahren. Ich hab mich gefragt, ob wir zum Essen gehen, weil du echt schön bist. Dankeschön, natürlich können wir das machen. Das können wir gerne machen, aber ich hab leider auch heute keine Zeit. Ich lass dir aber meine Nummer da. 3, 6, 9, 3, 9, 5